Ich bin Ivo Sasek, ja genau der, der mal so viel Schreckliches nachsah. Was aber, wenn dir einst Gleiches widerfährt und du dir vergeblich wünschst, alle Welt wolle auch deine Seite einmal anhören? Mein Gratisbuch, Herr der Wandlungen, zeigt dir, wie du mit solchem Unrecht dann fertig wirst. Bitte kommt doch auf meine Originalseiten.